Informationen zur Corona-Impfung im Kanton Bern Die Impfung in der Schweiz ist für alle freiwillig und gratis. Um sich impfen zu lassen, muss man über 16 Jahre alt sein. Es werden nur Menschen geimpft, die keine Covid-19-Symptome haben und sich weder in Quarantäne noch in Isolation befinden. Informieren Sie sich unter www.be.ch slash Corona-Impfung ob Sie zur Impfung zugelassen sind. Um sich für die Impfung anzumelden, müssen Sie sich online über das Anmelde-Tool VACME registrieren. Für Personen, die sich nicht selber online einschreiben können, ist eine Registrierung auch telefonisch unter 031 636 88 00 möglich. Bei der Registrierung müssen die Personalien, der Name der Krankenkasse und die Krankenkassenkartennummer angegeben werden. Im Kanton Bern gibt es insgesamt neun Impfzentren. Für Immobile Personen gibt es auch die Möglichkeit, sich durch mobile Teams zu Hause impfen zu lassen. Bald werden die Impfungen auch in Arztpraxen und Apotheken möglich sein. Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie einen persönlichen Code für die Impfung und werden in eine Impfgruppe eingeteilt. Wenn Ihre Impfgruppe freigegeben ist, können Termine für die erste und zweite Impfung gebucht werden. Informieren Sie sich auf unserer Homepage oder per Push-Nachricht über die App Alert Swiss. Es wird sich jede Person impfen lassen können, die geimpft werden möchte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund! 2h 24 26 22 22